eh wieder da mit nach längerer aufräumepause wieder einmal einen weiteren teil dieses let's plays ja was haben wir verändert wir haben den hintergrund sound ein bisschen leiser gestellt ich hoffe es gefällt jetzt noch besser wir sind jetzt hier in ja kurz vor burg 2 super action town morris ist auch wieder hier und ich denke wir können jetzt noch starten auf geht's da sind wir ok ich rede wieder mit todt ok ja sehr gut auf geht's vollgas rein ja wäre gut wenn du übersetzen wird ja gut also das stand für die die kein englisch können wo kommen diese ganzen wo kommen diese ganzen bilder oder weil ich kann das erste mal meine springtaste gehen denn das ist so eine eigenart von super mario bros x oder verdammte scheiße mit jetzt schon am anfang vorliegen gerade schon gefällt es geht doch hin weiter toll null leben ich bin gerade schon raus gerade hier im bock und scheiß noch keine ah da bin ich ok noch keine fünf minuten scheiß auf let's play ist ja wie lange spielen wir jetzt halt mal mit einigen kreis bringt feuer unter wasser überhaupt irgendwas da tatsächlich hoffentlich stück macht es jetzt ha ha oh mein ich gewullt bestimmt nicht und schnapp und hey so jetzt wo soll ich schon reingehen ganz oben ich bin mit absichtlich ausgewichen ist der mauszeiger eigentlich ein bild sehr gut Pro Pro in der Salle ist noch immer aus der Gäste Verwalt über die Konten ein Schüler den Pilzen sollen ich glaube ich gehe retten wir haben zurück okay er schafft ich habe uns ein bisschen zu schenken 3 Unnötig, Fragezeichen Unnötig, Ausrufezeichen Aber dein Tod Der war auch ein bisschen unnötig Ich geh zur Sicherheit da rein Ja, klar Ein bisschen Wartezeit, wir müssen nochmal Zeit schinden Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, wie lange das Spiel überhaupt ist Oh, da kommt schon wieder welche Ey, guck mal, das sind immer nochmal dieselben, Mann Wenn du immer nochmal runter gehst, kommen die immer nochmal Richtig, richtig Gut erkannt, Maurice Machst du trotzdem? Ich weich extra aus Jetzt aber Leute, wenn ihr wie ich da drin eine Endlosschreife seht, bitte sagt Bescheid, ja? Ja, so spielt man das Spiel Ihr dürft lachen, wenn er innerhalb der nächsten zwei Sekunden stirbt Ist schon mal nicht passiert Oh Mist, da komm ich hier durch Dann warten wir, bis der blöde Komische, was ist das überhaupt? Igel mit Stacheln? Nööööööö Nur Erik, stimmt Okay Hm Mach nochmal die erste Okay, ich war falsch Und ich wollte gerade sagen, wenn du dich entscheiden kannst, bist du vier grauen und ehemgrünen dann gehe ich am besten in den Traunen oder die Saison sehr gut ich kann das alles aber auch ein paar Zellen essen sehr gut wir sind im Ober zum ersten Mal haben es eigentlich vorgenommen wieder vernünftig weiter zu machen und nicht so wie vorher na egal okay bis gleich ciao ja und da sind wir wieder hoffentlich für einen besseren Start ein besseres Spiel ein besseres Game ich will noch einen mit gut mit HotTamme habe ich diesmal schon geredet mit dem muss ich nicht schon wieder labern Alter warten wir kurz warten wir kurz ja ah sehr gut sehr gut boah ich bin so schlau lass mich mal hoch zuerst cool guck das man hehehe so cool scheiß Ding oh ne vorsicht da fällt gleich was runter ich komm hier nie wieder raus doch eh na super ja sehr gut ja sehr gut jetzt geh mal ab jetzt geh mal ab ne heul den Pilz ja ich heul den wow warum frierst du die ganzen Fische ein ne jetzt bist du Feuer man ich wollte dir eigentlich die Blume nur heulen oh danke ich komm jetzt auch du blockierst meine Springtaste ich blockier gar nichts ich blöde wie oh man oh die Kollegas kommen doch der Kollegas ist der gemeinste gegen den hat man gar keine Chance komm jetzt muss passen dankeschön zweiter Tod oh Gott oh ne können wir den nicht irgendwie stoppen ich glaube nicht ich opfer mich ne alle sind die Idee das schaffe ich im Leben nicht was ich will ihn irgendwie zu stoppen ne ne ok aber jetzt ne Gott deswegen wir haben uns selber im Höllenwerkzeug erschaffen jetzt komm ey du musst schon da lang ok hör hart versteckt sehr schön ok du hölschelige ne jetzt aber so ich warte hier Alter ich hab den Plan ey ne oh oh vorsicht der kommt nochmal egal ja lass die Blume hier das opfer ist es wert so auf geht's ja toll jetzt haben wir es geschafft also ich hab es geschafft uns einfach in den Abgrund zu stürzen ey stimmt da bleibst du doch immer der Loser normal einer ist der wow du hast schon zufällig ne Eisblume wow wow was ist das bitte okay okay komm mit hey wow kann ich das ne die Kanone ist fest installiert oder ja die kann ich nicht holen und da kommen immer mehr dabei je länger wir warten wenn ich das richtig sehe oh und da ist schon das oh So, das ist. Buh-duh-duh-duh-duh!